Wir stellen wieder heute epische TikToks nach und wir fangen direkt an. Und der erste Shot ist geschafft. Let's go. Dieser Trickshot ist eher zum Reinkommen. Eigentlich ein einfaches Ding hier. Zack, hochlegen und Rabona reindrehen. Von Dac Jidon. Guter Mann, ja? Guckt euch mal den Ball an, wie der aussieht nach einmal hier rollen. Wie Holzis vereiste Glatze. Leute, es ist so kalt. Meine Füße frieren ab. Meine Füße, ja? Junge, dieser ganze Eisschnee, der hier rumfliegt. Hab ich, hab ich. Zwei Versuche. Steht nicht. Ich bin Posten King. Okay, jetzt wechseln wir den Nächsten ein. Yvonne, los. Was, Bruder? Der Holzis ist gerade wieder kacken. Das musst du machen. Oh, Bruder. Kaffee. Ah, ja, geschafft. Wow. Ja. Die Bezahlung für den Kameramann direkt. Hier, hat sich gelohnt, der Trenklick. Ah. Calm down, calm down. Ja, jetzt hier Trickshot von Ivan Perisic. Der steht hinterm Tor, ja? Und dreht den ins Tor rein. Einfach Stürmerqualitäten. Trifft aus jeder Position. Der Holzis hat ja noch kein Saisontor von vor dem Tor. Vielleicht schafft er es hinter dem Tor. Da ist er besser auf wo. Ja, da bin ich eigentlich besser, glaube ich. Ich muss erst hocken. In real time. Ja, perfekt. Der kommt noch, der kommt noch, der kommt noch. Ja, das ist er. Das ist er. Nope. Bruder, das ist voll nachtig. Das ist Schnee-Handicap, weil hier alles nass ist. Es gibt Leute, die suchen Ausreden und es gibt Macher, die suchen Lösungen. Sieht einfach super aus. Das ist einfach zu nass. Das ist zu nass, Mann. Warte, warte, warte. Der war nicht schlecht. Nein, 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 nein. Hey, Achtmann, Alter. Auf Ansage, auf Ansage, Leute. Auf Ansage. Aber warte, einmal muss er sich immer selber vorlegen. Oh, oh, oh. Komm doch, roll doch ein bisschen, Alter. War geplant. Ah, ja. Schnee, so viel Schnee. Ich bin blind. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Da hab ich die Lücke gesehen und perfekt getroffen. Du Scheiße. Jetzt ist eigentlich das perfekte Wetter die perfekten Bedingungen für eine Strip-Challenge. Während wir uns hier aufs Maul legen für die Trick-Shots, könnt ihr auch was gewinnen in diesem Video. Das war ein schönes Brotato-Trikot, ja. Original gespielt von letzte Saison. Und zwar mein. Boah, geil. Hier, mit der 7. Ich glaube, ich hab sogar ein Tor darin gemacht. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Gewaschen oder ungewaschen? Ist gewaschen. Ach, Scheiße. Leider. Aber ich kann noch mal ein bisschen so machen. Ja, bitte. Natürlich unterschreiben wir das jetzt noch. Lasst einfach ein Like da auf diesem Video auf jeden Fall. Und einen Kommentar, wenn ihr das Trikot haben wollt. Schreibt am besten noch Insta-Namen dazu. Da können wir euch auch direkt kontaktieren. Wisst ihr, wie ich meine? Unsere leichteste Übung. Ja, und zwar Lionel Müsli. Ja, hier mit dem Klebefuß am Start. Nimmt den Ball wirklich perfekt an mit einer Drehung. Ein kreisligawürdiger Touch. Also Taki wird den, glaube ich, im ersten machen. Weil Taki, der Ball kommt auf den Fuß, der geht damit so nach Hause. Also, ich sag 200 Versuche, dann haben wir den immer noch nicht. Da muss jetzt aber auch ein ordentlicher Pass kommen. Bringt natürlich nichts, den von einem Meter so zu werfen. Holzi macht die Meter nach da hinten. Aber dann brauche ich auch einen Sahneball in den Fuß. Das tut so weh an, wenn er so schnell kommt. Das ist schon gut vom Messi. Messi. Ancara Messi. Hey, guckt jetzt gar nicht so, ne, Leute? Erwarten jetzt nicht zu viel. Okay. Ja. Nope. Nein. Hat doch kein Kleber am Fuß, Junge. Bam. Das war die Wade. Ich glaub mich wirklich, dass wir den niemals schaffen, oder? Nope. Wenn der jetzt nicht geht, dann ist der Ball racist. Komm noch! Komm! Oh my God! Der ist nicht, der ist nicht. Der ist nicht. No goal, no goal. Ah! Ah! Ja, das ist er. Das ist er. Komm! Es ist zu nass. Da sehen wir es. Es ist zu nass. Du musst den, weil der Platz so nass ist, ohne Bouncer rein drehen. Das ist es. Ja, eine Round the World, dank Gott das auch. Easy, easy! Jawoll! Hirvatsga! 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 Vamo! Du bist doch dieser Kroater, Alter! Der Shot ist jetzt aber etwas ganz anderes. Sieht einfach aus, aber der Spin dahinter ist nicht von dieser Welt. Fraglich, ob das bei meinem Skill klappt und bei diesem eingefrorenen Platz. Aber wir probieren. Ich gebe die Bombe-Bombe-Bombe. 3, 4, 4, 4. Hahahaha! Was ist das? Ich habe Ball platzend gleich. Uff! BAM! Ooooooh! Jetzt, jetzt, jetzt! Jetzt, jetzt! Das war schon der beste Versuch! Eieieieieieieiei! Ist möglich. Ich weiß dann wirklich nicht, ich weiß wirklich, ob das möglich ist. Ja, Kammermann hat gesagt, ich ist nicht möglich, scheiß auf K***. Als nächstes einen unglaublichen Touch von, ja, Chelsea's neuen Starspieler, den Modric auf Crack, und zwar Modric heißt der, glaub ich, Ball kommt und mit so'n Spin-Touch nimmt er den an und der dreht sich da wie Kreise, wie Beyblade auf dem Boden. Und müsste machbar sein für mich, weil ich bin ja, ne, auch auf Cracken. Chelsea! Ah! Fake-Touch. Allein wegen diesem Touch ist ja jedes Geld wert, was Chelsea gezahlt hat. Das ist todesschwer. 3000 Jahre später. Ich bin frisch vom Pott zurück, die Wurst ist raus, drei Kilo leichter, und dieser Trickshot ist auch ne Leichtigkeit für mich. Wie soll der sichern in die andere Richtung drehen, jetzt war herrlich. Oh! Oh! Ich weiß nicht, ob ich eher das Tor treffe, oder der Ball kaputt geht. Mudric, Mudric, ich komm dich jetzt holen. Das ist der Holze jetzt. Guck dir das an, Bruder! Oh ja! Ah! Guck dir, wie der dreht! Der dreht so jetzt aus! Das ist so, ich muss mich ein bisschen so, weißt du, wie Michael Jackson fühlen. Der macht auch so Dancemusik. So einfach. Hab ich. War schon nicht schlecht, oder? Befriedigend. Es sah schon aus wie Michael Jackson. Wie hab ich nicht gefühlt. Der gottesfürchtige Gött-Touch. Ja, ja. Ball kommt. Und man setzt auf den Kopf. Aufgenannt, ich kacke in den Potshot, weißt du, weil es sieht aus wie ich auf Klo schüssele. Ja. Aber nicht, dass jetzt die zweite Wurst direkt rauskommt. Nee, aber da muss ich aufpassen, nicht, dass ich wirklich denke, ich ist ein Sonnenklo. Ja, ja. Okay, lass mal versuchen. Aber das ist machbar, oder? Das ist machbar, ja. Ah! Ist ja komplett nass hier! Scheiße! Ich dachte, der hat in so was Spitzes gepackt oder Scherbe oder so. Ja, zwei, drei Versuche noch. Oh! Sag doch, der ist nicht so schwer. Second try! Aber ich bin fast runtergefallen. Ja, aber clean. Das war auch die Angabe. Einfach sein Gebiet. Das ist, weil ich auch immer nur am Scheißen bin. Der kennt nichts anderes. Oh! Ist ja nass, Tiger! Nope! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Nass! Okay, ist aber wirklich sehr nass, muss ich sagen. Ah! Ich bin zu blöd, Alter! Oh mein Gott, hab ich getullet! I wanna kill, Modric! Oh, Taki! Taki, bist du's? Das ist kackig! Kackig! Ich hab das selber gedacht! Auf locker! Das ist ein lockeres Ding! Locker von locker! Ja! Denkt an die Verlosung, Leute! Wenn ihr original von mir reingeschwitztes Trikot haben wollt! Cristiano, I'm coming to Saudi-Arabia! Yeah, yeah! Puh! Ja, Cristiano! Yeah, yeah! Komm, toll! Nasser! Ja, der will, dass ich mit Kopf den annehme! Der will mich ja mal umbringen, Alter! Der knallt hier Granaten auf uns! Spin ist da, sag ich mal! Wenn ich diese Clips raussuche, denke ich immer, ist okay, aber schaffen wir ein paar Versuche! Wenn wir hier stehen, merke ich, wie scheiße die sind! Ah! Oh, Dom! Yes, yes! Ja! Das war schon ein nicer Touch, muss ich selber zugeben! Ein bisschen selbst pushen, ne? Guck mal, meine Wohnung sieht auch aus wie Messi, deswegen schaue ich ihn jetzt auf! Ja! Nein! Ja! Ja! Oh! Oh, das war gut! Der war sehr gut! Puh! Der war schon nicht schlecht! Zäh! Ein, zwei Gute waren dabei, kann man sagen. Sag ich bin noch Messi Junior! Messi Baby! Baby Messi! Ich bin noch ein bisschen kleiner als Messi! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, aber wie hell? Digga, der sah so perfekt aus! Das sah sogar fake aus! Das sah dann wie ein... Nope! Was, Bruder? Warte, Laffi! Lass du mir das einfach! Jaaa! Oha! Hast du gesehen, was man Zwinder hatte? Alter, krank! Krank, Alter! Hast du gesehen? Ja! Der ist einen Zentimeter der Kamera vorbeigeflogen! Ah! Grund! Komm, Toni Kloß! Ja! Mann, warum verfehle ich den denn? An sich gar nicht so schlecht! Ich sag mal, besser will's bei mir nicht, ne? Er ist doch immerhin im Spiel so! Das kann man schon fast gelten! Ey, du hast auch noch an die Linie gespielt! Nein, aber nicht schlecht! Das ist heute ein ekelhafter Drextag, Alter! Warum schießt du den weg? Ich hab's versucht! Ey, der Spin ist da! Der dreht sich immer noch, ne? Das ist mein ja nur! Ey, ist schon clean! Ey, war schon... War schon stark, kann man sagen! Hätte mir da schon ne zwei Minus für gegeben, so! Was sagt ihr? Gib mal ne Schulnote! Ich hab Anruf bekommen! Ich muss wahrscheinlich noch mal ne Schule! Die haben gecheckt, ich hab bei Abi gemogelt! Du hast doch kein Abi, Alter! Will willst du verarschen? Doch, ich bin Holzi Abi! Wunderschön! Oh, der Hammer! Let's go! Let's go Leute! Let's go! 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 Let's go!